umsofern wird geschlossen empfehle ich bin ja eine mauer vom haufer aus oder von wo ich seh kein auf mich wurde auch geschossen aus dem wald hier ich seh kein unmächtig ich seh kein ich war schon tot da hinten an der mauer steht einer ich seh da echt keinen gegenüber vom bahnhof also an dem haus daneben auf der anderen seite noch wie sie wir rennen gerade vor dem haus neben dem bahnhof ich 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 da hinten ist einer an der wand an der mauer hinten am ding wer ist hinten am berg gestorben im wald ich bin unten am wald ich bin an der mauer gestorben am straßenrand sozusagen zwischen den bäumen ja jungs die kann ich von hier umschlecht easy du läufst gerade voll in die falsche richtung ich bin tot wo zwei stück sind da ja die sind an den tannen gegenüber der straßenleiter die waren gerade der war gerade 50 meter von dir entfernt ich lebe wieder ich lebe wieder ich lebe wieder häh wo sind die genau wer rennt jetzt dahin die sind neben dem bahnhof an diesem kleinen häuschen die sind bei mir tot der stand auf einmal neben mir hast du tot gemacht ne ich bin tot er stand auf einmal hinter mir also ach du bist das gewesen an dem ich dachte das ist ja ein feind jetzt ein feind dort der ist zu mir gelaufen der erik lag in den tannen dann war der feind direkt in dem haus wo du warst easy dann war das doch ein feind der feind kommt jetzt zu mir rüber ne hier sind zwei stück bei mir an der leiche und einer war noch hinter erik einer ist jetzt an meiner leiche und einer ist hinten an der mauer dann wart ihr noch gar nicht weg vom wald ich dachte ja dann war der die ganze zeit im haus ihr habt nicht aufgepasst den kann ich nicht sehen jungs im haus in dem haus neben der neben neben dem bahnhof da kannst du ihn das eine kannst du nicht rein und das rote haus war da drinnen dieses backsteinhaus was daneben ist das bahnhofs gehäu haus oder ja es war noch im bahnhof ja oder easy doch schon davor oder davor da drin war der feind weil der ist gerade raus jetzt rennt er wieder raus und rennt wieder zu erik jetzt sehe ich noch aber den kann ich ja vorher nicht sehen das war wohl nicht schlau das war direkt da voll reinlaufen jetzt rennt er wieder in das haus zurück aber ich bin der meinung ich habe noch einen hinter erik gesehen an an dem welchen na gut jetzt haben wir alle nix ne ich bin in der neuen stadt gesteckt wo ist und hier guck mal wo ich auch im arsch der welt weil wir haben jetzt die leichen noch hier aber außer der hatte die jetzt noch wenn er clever ist wenn ich schon halten ohne ich hieß ja werft eine taschenlampe aber der sniper von oben scheint auch weg zu sein muss der feuerwache gehen und nicht dort umbringen bin ja da rennt hat jetzt rennt der sniper zu denen der kürze denn gucken ob die wir stehen zusammen weil die müssen wir irgendwie kriegen auch noch schnell machen jetzt rennt der sniper gerade über die wiese von dem sniper haus über die wiese zu dem welchen wo wo ihr mal lang lauft mit dem berg und nicht vergessen hinten am zauern und das ist auch noch der andere hat jetzt gerade die position eingenommen da wo da wir letzten Orte 2 jetzt laufen sie über die bahn schienen überwürdig sind dazu zwei an die erkennt ich nicht dass der zwei spieler vorliegt wird die drei spieler da gehört dazu muss doch immer musik laufen lassen jetzt schießen sie wer schießt wer schießt übelst die action einer ist hier irgendwo bei der tankstelle und schießt auf die oh jetzt ist er zu viert zu fünft oh was geht denn da ab jetzt sehe ich fünf spieler zwei tote drei laufen noch rum am hafen es geht ja mal übelst ab jetzt hier wenn die jetzt da weg laufen probiere ich da hin zu gehen und holen mir eine waffe wenn sie zu viele sind ja kann irgendwo sterben sie ist einfach nur wald ich habe mich gerade runter gestürzt aber als überlebt ohne beine geborgen ohne alles ich muss jetzt schnell runter bevor sie mich sehen ich habe den ganzen turm hoch aber warum kann man nicht ertrinken das ist dann könnte man sich immer umbringen jetzt sind sie am hafengeländer ok die hole ich mir zu dritt halt noch ich kann mich einfach unter die mischen einfach sagen ich gehöre zu euch die hat man echt schön ausgelegt ist dann die neue stadt unglaublich nicht hier sehe ich nichts mehr jetzt bin ich dort das war jetzt mal überhaupt nichts also heute ist das war auch richtig dumm von uns da einfach nur blind rein zu spuren ja heute ist der wurm drin ja heute ging gar nix wo seid ihr gesprungen jungs ich bin schon krass dran ich mach nochmal ein neues bahnrad die sind immer noch am ja am hafen ich könnte probieren zu eric seiner leiche zu laufen meinst du nicht die haben die gehalte wenn nicht hab ich an der gleichen stelle nochmal ich hab schon mal so ne so ne axt heise so ne pieke oh munition oh sks munition nämlich mit ist das server neu gespawnt oder ne ich probiere hinzulaufen bin jetzt gleich da ne ich hole mir vorher die sachen ne ich probiere zu eric seiner leiche zu laufen jo ich auch wo bist du denn schon ich bin jetzt fast am hafen ja der wird mich gehalten wenn der mich gehalten hat hat dann oder seht ihr hast du meinen ja schon noch liegen sehen hier liegt die pistole oben drauf und was ich trinkt bin ich ja es scheiße habe ich gesehen habe ich gesehen wie ist das schon beim runterklettern ne beim laufen ich bin gerade vor dem roten gebäude da wo die waren ach man ist doch alles mist ich laufe jetzt einfach mal hinten in den hafen rein wo ich jetzt bohne es wäre schon krass wenn die hier das jetzt eingebaut hätten dass wenn man sich immer wieder neues bunt über an der gleichen stelle dann wieder spawnt nach der kurzen zeit weiß dass ich wieder umbringen der böse stück damit sich das nicht lohnt er eben genau er hat er kommt so einiges weg ist wo bist du gestorben aber sehr gerne er gewesen sein hinter dem haus also hinter dem kleinen gebäude am bahnhof ich habe spiel das welt auf einmal nicht da wo das gelbe gebäude ist sondern daneben lassen ey mitten im wald gespawnt nein ich bin tot mein arm ist broken mein arm ist broken dead wo ist er denn in der box nicht der ist am hopper am bahnhof ich bin ich hab auch probiert zu boxen aber wenn ich den gleiche zu nahe dann der ohnmächtig umfälle das ist eine straße unten doch schon die da ja hinten scheiße ich bin zu früh losgelaufen wenn ich später losgelaufen wäre denn auch ich sehe sie laufen würde schienen mich sieht keiner ich bin ja getarnt ich hab die maske auf jungs hier drinnen kommt rein kommt rein eric komm rein rechts rein rechts rein ich glaube ich spinne alter hier liegt ein toder tatsache komm rein und dann machen wir zu erstmal hier warte ich kann mal rein ok dann machen wir zu hier sehr quick fast ich meinte die scheiße zu du doch jetzt war kurz was da er hat geschossen hast du gehört oder ne doch jetzt fuck ich hab ich hab keine glaub weil er mich gesehen hat oh weil sks sks das sind bestimmt zwei spieler scheiße hier vorne haben wir die Tür nicht zugekriegt jetzt trau ich mich nicht mehr schuss 3 hinter mir guck mal hier in der Ecke wo ich stehe hinter euch hier rechts geschossen von hier ja könnt ihr hier durchschießen jungs von rechts nein scheiße wir müssen die Tür zu kriegen irgendwie ja mach die zu bitte ich muss das essen das geht halt nicht haben wir gerade schon versucht ich geh hin pass auf da hat er mich dann gesehen weißt du als ich versucht habe die Tür zu zu machen geh nicht zu dort müssen wir aufpassen was mein scheiß ja geschafft wir haben einfach mit F da rum gespammt könnt ihr kurz aufpassen der hatte keine Waffe oder was ne der hatte keine Waffe leider aber ich hab jetzt mal ich hab jetzt ein video content na scheiße wo sind die jetzt so bin ready das ist immer noch die neue Stadt es gibt ja keine andere ja das große Torf geht kurz weg ich mach nur kurz Torf ach du willst die linke oh Gott warte doch mal links sieht fuck ich glaube oh fuck 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 da rechts ist doch da ist doch ein Kran ja so ein blauer Kran ich weiß nicht ob jetzt gerade jemand da drinnen war da oben ich kann ja nicht so weit gucken warte mal da ist so ein blauer Kran da ist so ein blauer Kran ich müsste meine View umstellen Erik lass dich nicht weg holen eh niemanden ne am Kran nicht ne links sieht sauber aus boah das ist irgendwie gefährlich dann links und gleich wieder links ne ne ich laufe jetzt ich laufe jetzt links ich geh vor ok links und dann nochmal links würde ich auch sagen keiner keiner sauber 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 pfff jetzt müsst ihr gucken wegen Long Range so guck einer rechts einer links ich guck nach links einer muss nach rechts gucken ich guck rechts guck links rechts sehe ich niemanden ich mich nicht hinter uns ab ich denke hinter uns ab ich denke hinter uns ab sehe ich ein Zombie der läuft was dahin wo die wahrscheinlich sind wohin am Anfang vom Hafen die sind 100 Pro Wallet Zombie die sind 100 Pro Wallet Zombie oder an der Schule oder an der Schule meinst du die Schule hier haben sie uns gut im Blick ey hier muss er weg an der Stelle ich renne zu hinter die Ecke hier hinter die Ecke die Ecke ist sicher doch relativ ist das sicher ist gut relativ hier muss einer nach rechts gucken ja guck immer nach rechts sehe die Wand lang von da kommen die ganzen Sniper immer ich glaub ich hab meinen gesehen fuck wo bist du wo? Scheiße äh in dem anderem Silo weißt du? ach du ich seh dir drüben war da hat ein Zombie oder war da ein Erik kannst du mal kurz ein Stückchen zurückgehen und den Berg hochgucken einmal den Sniperberg dann muss er weit zurückgehen oh ein Bambi wo der hat ne der hat was auf dem Rücken der hat ne Vorsicht Bambi kommt zu euch aber der hat also der hat ne Waffe auf dem Rücken der macht nix der macht nix der macht nix es sind zwei sogar vor dem steht zwei mit auf der Straße guck mal der siehste von hier aus äh rechts rechts spieler rechts spieler welche straße also welche richtung der steht genau vor mir der hat nur luftgewehr jungs rechts ein spieler an der Wand ich könnte noch schießen schwarze t-shirts das bist du dort an dem Manuel was jetzt bin ich rechts rechts von mir ist ein spieler ah die anderen sind jetzt weg jetzt hab ich die der ist ja neben dir die ganze Zeit der ist doch egal dass er der heute rum wegen friendly dahinten sind noch spieler wo rechts in der Halle drin oder in dem Gang dort rechts den Gang hier lang vor der Halle hinter der Wand dann nach hier rechts nein hier wohin guck dahin dort da ist nix da ist ne Wand da war grad n spieler lass uns mal rumgehen ich hier vorne waren zwei spieler die hab ich verloren grad jetzt ich hörn schrein ich hörn schrein ja der redet mit dem Typen der ist nämlich da hinten lang gelaufen von links da renter hä ne jetzt sind sie weg alles nur jetzt scheiße zombie rennt zu dem ein ja aber ach man ey das ist doch scheiße hier ich will ja auch nicht bleiben vorne man auch zwei spieler an der Mauer wo die Kirche ist direkt davor hier ist er wo der schießt auf mich wer denn der tot ist tot hat ne Waffe manu komm hier ja ja den hab ich gemeint blaue Jeans oder sowas ja er hat an mir vorbeigeschossen ich weiß nicht ob er schon tot ist guck mal ob er tot ist ist er tot er ist tot ja oder hide buddy ist tot gut mit einem Schuss der heult da voll rum er ist geil go away go away alter wie viel sks munition der hat er hat geile ist da rum ja ja der ist mit seinem Bein war das der der die ganze Zeit die Waffe auf dem Rücken hatte schwarzes Seashirt der hat nichts das ist ja der der rumheult einen anderen haben wir jetzt noch erledigt ey der hat zum Glück das erste Mal an mir vorbeigeschossen ich hab den zu spät gesehen ok ok ich hab den schwarze schwarze schwarze